hallo und willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt ich habe wieder neuen china shit geholt habe wieder groß einkauf gemacht und ja und paar coole witzige sachen sind die wieder aufgetaucht unter anderem dieser lada auf nummer natürlich steht mini auto ist aber ein lada was das 2104 irgendwie so was echt witzig proportionsmäßig finde ich ein bisschen zu klein geraten von 18 das müsste eigentlich ein bisschen größer sein mit motor öffner der motor ist komplett in schwarz man kann die türen öffnen leider ist das kein so geiles modellauto wie so farf oder paudi oder red flag und die alle heißen so was geiles ist er leider nicht aber er ist an sich echt nicht schlecht man kann ja alles öffnen so jetzt kommen wir wieder halt zu diesem typischen chinesischen einmal das ja die haben es schon wieder getan wir haben wieder ein sportwagen sound rein getan und was auch witzig ist drückt sie motor also sound effekte licht effekte hat auch hinten nicht warum die im blinken gemacht haben keine ahnung einstellmöglichkeiten ob man die netze irgendwo sowas einstellen kann aber was positiv zu erwähnen dass batterien sind schon dabei das ist schon ganz gut aber er grenzt er an spielzeug das ist wenn ein kind lala mark war ich noch nie gehört habe aber hat sie ein kind kennt das lala mark und die wort etwas günstiges dem kind schenken dann könnt ihr eigentlich den geschenken damit wird das eine helle freunde haben hat schwingende rückziehmotor geht zwar die 30er zone rückziehmotor macht jetzt spaß also er ist witzig er hat was macht was tut was aber richtig geile qualität ist das nicht man kann zwar alles öffnen lackierung ist auch eigentlich ganz gut geworden muss ich immer zugeben aber er ist proportions mäßig klein geraten und die hessischen spiegel als hätten sie vergessen die spiegel zu machen und dann hat einer auf die stelle die auch scheiße ich mach mal solche hässliche dinger dann ich meine das auto allgemein ist nicht jeder mal ein geschmack dieser lada aber immerhin ein lada in 1 zu 18 gesagt proportions mäßig ist ein bisschen zu klein geraten aber ansonsten eigentlich ganz okay witzig ist er und macht spaß körperlich bei mir zu erwerben